Mein Name ist Kolmansberger Robert, ich bin Inhaber der Firma Kolmansberger KG. Wir sind hier in München, haben hier ein Abbruchobjekt, etwas kleiner. Es ist sehr beengt, wie man hier im Hintergrund ein bisschen sieht. Hier haben wir ein Einfamilienhaus entkernt und jetzt abgebrochen und derzeit wird das Material in seine Bestandteile aufgeteilt, Bauschutt, Holz und das ist jetzt die Arbeit von diesem Wacker, mit dem Sortiergreifer das Material zu trennen. Wir mieten seit ca. einem Jahr bei der Firma Kiesl in Neufahren Maschinen. Sehr lobenswert ist, dass die Maschinen sehr schnell verfügbar sind, egal in welcher Größe. Diese Größe hier ist für uns nicht alltäglich. Generell benötigen wir eher größere Maschinen, aber wir haben hier auch einen langjährigen Kunden, für den wir auch kleine Sachen abbrechen und durch das bietet sich so etwas an, dass man sagt, man braucht kurzfristig einen kleineren oder einen Kurzeckpacker für solche Maßnahmen mit den Anbaugeräten zu dem jeweiligen kleineren oder kompakten Gerät. Wir sind mit den Maschinen von der Firma Kiesl oder von Hitachi sehr zufrieden. Wir haben so gut wie gar keine Ausfälle. Wir haben auch eigene, langjährige Maschinen von Hitachi. Ebenso keine Probleme. Auch das Anbauwerkzeug, hochqualitative Werkzeuge, die immer funktionieren oder so gut wie immer funktionieren. Sollte hier einmal eine Reparatur anstehen oder ein Defekt entstehen, wird schnell reagiert und repariert. Wenn man hier Probleme hat, dann wird man schnell weitergeholfen und werden Lösungen gesucht. Muss man wirklich sagen, Kiesl funktioniert hier wirklich bestens. Das ist wichtig, die Frau Kiesl-Bnoter hat, dann braucht man sich dazu und die Frau Kiesl-Bnoter. Vielen Dank.